Hallo und herzlich willkommen, Samuel Kuhmannan. Sehr gut, sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Sam, dann sei mal so lieb und stell dich mal kurz vor und erzähl mal so ein bisschen, was machst du so, was macht deine Firma Blickpuls so, wo bist du unterwegs? Ich versuche mich kurz zu halten. Stell dir vor, Sven Elevator Pitch. Oh, ganz schwierig, aber, ja okay, ich hauere, also, genau, ich bin Sam, ich leite seit über zehn Jahren das Blickpuls Medienbüro, angefangen mit einer einfachen Leidenschaft für guten Content und irgendwann habe ich wahrgenommen, hey, die Unternehmen können dadurch profitieren, also von meiner Leidenschaft profitieren, lass uns daraus ein Business bauen. Das heißt, ich berate heute Unternehmen in der Marketingstrategie, ich begleite Unternehmen auf dem Weg, ihre Visionen, ihre Ideen auf die Straße zu bringen und wir nutzen dafür ganz, ganz stark das Medium Social Media und setzen das Inhouse selber noch mit Content um. Das heißt, Foto, Videografik kannst du bei uns direkt aus einer Hand kriegen. Und, genau, Blickpuls füllt mein Leben aus eigentlich schon, aber ich bin tatsächlich auch noch Familienvater und Ehemann. Ich habe eine Frau, ich habe zwei kleine Kids und in meiner Freizeit mache ich auch noch lustige Sachen. Wir haben jetzt eine Schule gebaut in Ghana, wir arbeiten gerade an einem Fashion Label, was wir nebenbei aufgebaut haben, also mir wird es selten langweilig im Alltag. Coworking Space hast du auch mal betrieben. Coworking Space habe ich mal betrieben. Ich habe sogar, habe ich noch gar nicht erzählt, ich habe so einen Dachzelteverleih mit einem Kollegen von mir. Das heißt, wenn du mal Urlaub machen willst mit einem Dachzelte, bist du bei mir gut aufgehoben. Aber genau, alles so in dieser Welt. Ihr merkt schon, absoluter Tausendsasser. Und ja, zu deinen Referenzkunden, wenn man so auf der Webseite guckt, dann staunt man da auch nicht schlecht, weil halt, wie du schon sagst, du machst es für Unternehmen, wie zum Beispiel Burgwächter, glaube ich, hat man da gesehen. Du machst es aber auch für Personen aus dem öffentlichen Leben, wie zum Beispiel Marco Reus, Björn Kadalitou. Ich glaube, Kollegah habe ich da auch gesehen. Ja, Kollegah war auch schon mal vor meiner Linse, ja. Nutzkorrektur ist Burg, nicht Burgwächter. Das sind ja zwei unterschiedliche Unternehmen, genau. Aber genau, wir haben sowohl irgendwie mittelständische Unternehmen, Personenmarken auch, sowohl kleine als auch größere. Konzerne, die wir betreuen, Aral ist ein Kunde von uns, Lidl haben wir letztes Jahr betreut. Also sehr durchwachsen, aber ich liebe das auch, dass du sowohl mit Großen arbeiten kannst, wo du auch ausprobieren darfst und ausprobieren kannst, was Neues zu entwickeln. Aber auch dann haben wir die Kleinen, die gerade sich irgendwie gründen, wo du dann irgendwie auch einen anderen Drive nochmal hast, zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns was Effizientes überlegen, dass es erfolgreich wird, aber nicht so viel kostet, dass es den Unternehmer oder die Unternehmerin hindert. Genau, das ist so die Range. Und ich habe ein paar Probleme mitgebracht, beziehungsweise ein paar Szenarien. Also Dinge, die mir immer wieder auffallen, wenn ich mit Unternehmen spreche und es geht um Marketing, es geht um Sichtbarkeit, es geht um vor allen Dingen auch digitale Medien. Und da bist du ja quasi der Experte, von daher würde ich mal direkt mit dem ersten Szenario auf dich zukommen. Und zwar stell dir vor, du bist Unternehmer und hast ein Marketingbudget von 5000 Euro. Was stellst du damit an, um Sichtbarkeit zu generieren? Also ich glaube, das größte Problem ist, dass, glaube ich, die meisten denken, du musst aus diesen 5000 Euro direkt relevanten Content schaffen. Also ich glaube, die meisten denken, ich nehme das Geld jetzt, dann beauftrag ich einen Fotografen, der soll erstmal coole Fotos von uns machen, dann beauftrag ich einen Kameramann, der soll auch mal coole Videos von uns machen. Und dann müssen wir irgendwie, weiß ich nicht, dieses Instagram ist doch kostenlos auf dem Handy, das poste ich dann. Also ich glaube, so gehen die meisten ran, also fast alle. Ich kenne kaum, es ist wenig Unternehmen, die das anders machen. Die richtige Variante, die ich immer empfehlen würde, ist, hole ich einen Strategen ins Boot, der richtig Plan davon hat und der entwickelt erstmal einen Plan. Und das Witzige ist, das kostet gar nicht so viel. Also man denkt immer, wenn wir jetzt losgehen und schon mal Content holen, haben wir das ja schon mal bei uns und dann veröffentlichen wir das. Das größte Problem ist eigentlich, dass man gar nicht weiß, was man der Öffentlichkeit sagen möchte und man weiß nicht, was effizienter ist. Zum Beispiel, also nur um so ein Gefühl zu geben, also wir haben relativ häufig so Imagefilm-Anfragen, dann sagen die Leute, ich würde gerne einen Imagefilm drehen. So schön, drei Minuten, fünf Minuten, episch. Emotional, episch, genau, gegründet vor 120 Jahren, so ne. Und dann frage ich die Leute ja, aber erzähl mal kurz, was ist euer Ziel? Und dann sagen die, ja, ich möchte damit, wir brauchen dringend Neukunden. Und dann sage ich immer so, ja, aber das ist ja genau die falsche Kommunikation. Also wenn du Neukunden willst, musst du Werbung machen und nicht Image, weil Image heißt ja, du, das ist ja Branding, das heißt, du zeigst, wie cool du bist. Also aber mit der Aussage, so cool bin ich, greifst du nicht direkt Neukunden an, sondern du gehst Neukunden an, indem du sie proaktiv darauf ansprichst, dass du eine Dienstleistung hast, die vielleicht relevant für sie sein könnte oder ein Angebot kommunizierst. Genau, und das ist so oft das Ding, wo die Leute halt denken, ah, sie müssen das so und so machen. Und ich glaube aber, wenn du 5.000 Euro hast, geh zu einem richtig guten Strategen, zu einer richtig guten Agentur, die Erfahrung hat und buche einen Workshop bei denen, dass die für dich deine effiziente, also mit dem Budget, was du hast, wie die damit den geilsten Content und den größten Erfolg auf Social Media realisieren können. Jetzt hast du gerade gesagt, das kostet gar nicht so viel. Was kostet das denn, Sam? Was kostet das denn? Ja, jetzt werde ich hier mal festgenagelt, sobald ich was sage. Aber ich kann ja mal relativ frei sprechen, also ich glaube, ein Strategietag bei uns, also wenn du uns jetzt buchen würdest als Strategen, dass ich sage, ich komme vorbei, mache einen Workshop, kostet, glaube ich, generell einen Tag bei uns, weiß nicht, wo wir gerade stehen, aber bei 1.500 Euro. Habe ich noch 3, 5 über für Content. Jetzt können wir sagen, wir machen einen Workshop jetzt nicht 8 Stunden, sondern ich sage, okay, so viel Budget ist nicht da, wir müssen ein bisschen ballern und ich muss mich auch darauf vorbereiten, weil ich will ja nicht nur irgendwie, keine Ahnung, Kuddelmuddel haben, sondern ich will ja schon mal gucken, was macht der Markt. Wo ist das Potenzial? Wie können wir das optimieren? Wie können wir das darstellen, damit ich auch schon selber mit ein, zwei Vorschlägen komme, weil sonst finde ich, das ist immer ein relativ schlechter Workshop. Ergo kommen wir vielleicht, ich weiß nicht, ich bereite mich nur zwei Stunden vor, dann muss ich einen halben Tag nur machen, wobei 1, 5 durch 2 sind, ich bin schlecht in Mathe. 7,5. 7,50, 7,50 plus irgendwie, also irgendwo unter 1.000 Euro können wir das ganze Ding schon mal irgendwie festzuholen, dass wir alle ein Gefühl bekommen, was Phas ist. Da ist ja immer noch die vier über und mit den vier können wir Fotos und Videos machen, dass wir auch sagen, wir drehen jetzt keine Branding-Image-Filme, sondern wir sagen, wir lassen uns doch lieber einen Plan festlegen für die nächsten drei Monate, dass wir regelmäßig uns treffen, ein paar Fotos machen und kleine Videos machen, die gerade auf Social Media total in sind, wenn wir von Reels, TikTok oder was auch immer reden. Und lass uns so vorangehen. Und dann hast du deine 5.000 Euro, ich sag mal, in einem Zeitraum von drei Monaten ausgegeben, aber du hattest auch die Zeit, in den drei Monaten mal rauszufinden, selber auszuprobieren, zu gucken, ob die Strategie, die wir gemeinsam uns ausgedacht haben, genau die richtige ist, sprechen wir die Zielgruppe an. Und wenn das läuft, kannst du das ja genauso weiterführen, weil du dann ja auch einen Return hast, weil du dadurch neue Kunden erreicht hast. Oder du gehst halt hin und sagst, ich geh 5.000 Euro, mach jetzt einen Image-Film und dann sagt der Typ zu dir, ja gut, für 5.000 Euro können wir halt einen Image-Film drin, der ist ganz okay. Also das sind die zwei Varianten. Und deswegen finde ich, sind immer 5.000, deswegen geht immer zu Leuten, die ein bisschen einen Plan davon haben, die die Materie verstanden haben, holt euch immer einen Berater ins Boot. Ich war früher auch so, niemals einen Berater ins Boot holen, kostet immer Geld. Aber was am Ende aufgefallen ist, wenn du einen Berater ins Boot holst, sparst du dir einen Haufen Geld. So, das ist so, mein Schwager ist im Risikomanagement tätig. Und der geht dann raus und der berät nur die Leute, was passieren könnte. Und ich hab mir am Anfang so, Bro, also lohnt sich das? Und er sagt, aber weißt du, was da passiert? Die sparen sich Millionen dadurch, weil die Fehler umgehen. Ja, weil der Verfettnäpfchen quasi warnt, ne? So, und dafür investieren die einen Bruchteil von der Million oder von den mehreren Millionen, um das schon vorher auszusortieren. Und genau diese Denkweise muss eigentlich auch bei Social und Content rein. Investier das in eine Agentur, die kompetent genug ist, zu verstehen, was eine Zielgruppe ist. Mach einen Workshop und dann arbeitet der effizienten Modell aus, anstatt einfach zu sagen, jetzt geballer. Jetzt hast du gerade schon ganz viele Social-Media-Plattformen angesprochen, aus TikTok angesprochen, aus Instagram angesprochen. Facebook hast du gar nicht angesprochen. Ist Facebook tot? Facebook ist nicht tot, aber Facebook ist, ich sag immer, Facebook ist so die Tante. Facebook ist die Tante, zu der du irgendwie mal zwischendurch mal vorbeigehst, weil dein Cousin Geburtstag hat und sie ist dann auch am Start und so. Und dann erzählt sie dir, ja, das und das ist cool. Und leider ist, also nichts gegen Tanten, aber bei mir, in meinem persönlichen Kontext, ist es so, wenn ich mit älteren Tanten quatsche, da kommt so, weiß ich nicht, so ein gewisser Anteil ist immer so, wo du dir denkst, so, ja, ja, okay, weiß ich Bescheid, denke ich nochmal drüber nach, aber weißt schon vorne rein, nein, ich werde jetzt keine Cargo-Hosen tragen mit drei Zipper. Also nur weil es praktisch ist, brauche ich mir diese Hose nicht kaufen. Auch wenn sie komplett überzeugt davon ist, dass es die beste Hose ist auf dem Markt. Aber die Tante sagt dir auch zwischendurch echt ein paar coole Tipps oder gibt dir so Hinweise, die dich in deinen Gedanken auch zum Beispiel festigen, wenn es zum Beispiel darum geht, was machst du jetzt in deiner Zukunft, was für eine Ausbildung machst du oder was für einen Job willst du angehen? Da sagt dir die Tante vielleicht in so einem Nebenjob, boah, ich habe letztens gesehen hier das Unternehmen XY da, die machen da auch coole Sachen, ne? Sag total, habe ich mich auf der Seite ein bisschen verloren, habe mich durchgeklickt, das ist super toll, sieht das aus. Hast du dir das mal angesehen und vielleicht hast du dadurch einen Proof, das heißt, die Tante ist super wichtig, also weil sie dich bestärkt, die Tante bestärkt dich. Die Tante verwirrt dich manchmal auch, also wenn ich Facebook manchmal öffne, denke ich mir immer so, was geht schon wieder ab auf dieser Welt? Also die Kommentarspiele darfst du ja nicht lesen seit ein paar Jahren, das ist ja nicht machbar. Aber auf der anderen Seite erinnert dich die Tante an gute Sachen und diese Tante darf man nicht vergessen. Wenn jetzt ein Unternehmen zu dir kommt und sagt, pass auf, wir wollen gerne mit Social Media, machen wir jetzt mal. Wir wollen jetzt mal anfangen hier mit Social Media, wir haben hier ein Handy, wir haben ein Azubi, dem drücken wir das Handy in die Hand und dann machen wir es mal. DIY, gute Idee oder schlechte Idee? Okay, ich denke Social Media ist die größte Werbeplattform, die wir jemals hatten. Also wir hatten noch nie eine größere, einfach zugängliche Werbeplattform. So, wenn du jetzt irgendwie mal zurückdenkst, ich weiß nicht, ist gar nicht so lange her, aber so 15, 20 Jahre, Litfaßsäule oder Magazine bespielen, da musstest du dich rechtzeitig anmelden, dass du die Plätze bekommst. Die guten Plätze. Die guten Plätze. Und dann musstest du Glück haben, dass relevante Leute da rangehen. Das heißt, früher hat man ja so geplant, ja gut, wie viele Autos fahren denn da dran vorbei? Also wie viele Menschen gehen da dran vorbei? Ja gut, wir haben eine Schnittmenge von so und so vielen Leuten, das heißt höchstwahrscheinlich und das konnte man nicht tracken. Und das ist alles weg. Das heißt, wir können jetzt eine Plattform nutzen, die wir direkt kontrollieren, also komplett manipulieren und kontrollieren können, dass es den richtigen Leuten ausgespielt wird. Und da denke ich mir immer, gut, wir zahlen jetzt vielleicht nicht aktiv für diese Werbung. Klar, wenn wir bezahlte Kampagnen machen, definitiv. Aber die Person, die sich da vorsetzt und sich das überlegt, sollte höchst qualifiziert sein, einschätzen zu können, wie die Kommunikation für die Zielgruppe ideal ist. Das heißt, wenn ich, weiß nicht, also wenn ich Herrentaschentücher verkaufen möchte, dann solltest du eine Person haben, die sich komplett mit dieser Sache identifizieren kann. Das heißt, so wie du deinen Vertriebsmitarbeiter auswählst, solltest du auch deinen Social Media Marketing Manager auswählen. Ein Social Media Marketing Manager, jetzt wird gedroppt, Social Media Marketing Manager, die eine einfache Ausbildung, eine IHK-Ausbildung haben, sorry, würde ich niemals pauschal anstellen, nur weil die sagen, die haben eine IHK-Ausbildung. Entweder verstehst du das Produkt und du stehst dahinter und hast zusätzlich die Kompetenz, dass du Social Media kannst, weil du es irgendwo gelernt hast, dann mega. Zum Beispiel bei uns. So, dann Attacke, dann Attacke. Aber ich bekomme zum Teil so viele Bewerbungen von Leuten, die haben vorher im Vertrieb von Taschentüchern gearbeitet und die bewerben sich als Social Media Marketing Manager bei uns und haben weder Vorerfahrung noch ein Gefühl für Sachen und das Testprojekt, was sie dir gegeben haben, ist schlecht. Also was erwartest du, was dann passiert? Also nur weil du eine Fortbildung machst, verändert das nicht dein Leben. Also nimm eine Person, die auch vorher auch schon Bezug dazu hat. Also ich würde im Vertrieb, wenn ich Taschentücher verkaufen würde, würde ich, also es muss keine Person sein, die Taschentücher verkauft, aber es muss eine Ausstrahlung sein, es muss ein Stil vorhanden sein, es muss ein Gefühl für das Produkt sein und so eine Liebe für diesen Stoff. Und wenn das dann da ist und eine Leidenschaft für Social Media da ist, dann ist das deine beste Person, die du dafür ansetzen kannst. Aber wenn ein Bereich davon fehlt, also wenn du zum Beispiel eine total leidenschaftliche Person hast, die aber keine Ahnung von Social Media hat, ist genauso schlecht wie eine Person und das ist das Schlimme daran, finde ich, die richtig Plan von Social Media hat, aber keine Leidenschaft für das Produkt. Das hast du auch nicht geworfen. Man kann das halt auch nicht gut rüberbringen. Also null. Ja klar, der Vertriebler muss ja auch hinter dem Produkt stehen, ansonsten kannst du es auch nicht verkaufen. Stell dir mal vor, du würdest ja keinen los schicken und sagen, ich habe hier meine Taschentücher, geh jetzt mal zu P und C Hagen, versuch den das mal irgendwie anzudribbeln, dass wir das ausstellen können. Aber wenn der Typ das null, also auch von der Ausstrahlung, das gar nicht vertreten kann und er ganz anders auch aussieht, also jemand, der niemals eine Taschentücher kaufen würde, wenn du den dort hinschickst als Vertriebler, also das würdest du ja nicht machen, weil du denkst, der vertritt ja gar nicht meine Marke und mich. Aber genauso musst du es auch bei Social Media machen und das wird oft halt, dann wird halt die Nichte genommen oder der Neffe oder der Azubi oder der Azubi. Gerade der irgendwie, ach du bist doch in dem jungen Alter, du bist doch damit aufgewachsen, jetzt mach mal ein bisschen was. Und das ist das Ding, du würdest ja niemals eine schlechte Werbung auf eine Litfaßsäule packen. Würdest du ja nicht. Weil du denkst, boah, wenn das jemand sehen würde, das wäre ja unangenehm und das wäre vielleicht geschäftsschädigend. Das machen viele auf Social Media, die denken, klatsche ich irgendwas raus. Besser irgendwas machen als gar nichts machen. Ich bin jetzt auf Social Media auch und dann gehst du auf einen Kanal und denkst dir so, ja gut, aber auf eine Litfaßsäule würdest du es nicht machen, aber hier machst du das, warum? Und ich glaube, viele sind sich gar nicht auch der Konsequenzen daraus bewusst. Schlechte Werbung ist nicht nur, schlechte Werbung ist auch Werbung, weil immer der Konsens. Aber heutzutage bei dem Markt, den wir gerade haben, wo vieles durch Onlinehandel auch nochmal wegrationalisiert wird, würde ich immer sagen, schlechte Werbung vernichtet dich. Und das ist in dem Kontext, würde ich mir immer mal Gedanken machen, also ist es mir das wert? Ich habe auch schon zu zwei Kunden gesagt, mach kein Social Media. Mit dem Budget, mit der Einstellung, die du hast und wie du da reingehen willst, mach bitte kein Social Media. Mach lieber Flyer. Ja, aber das ist auch eine ehrliche Antwort. Wenn ich jetzt Social Media aber machen möchte, um mich zu positionieren, um zum Beispiel auch, was ja auch ein großes Thema ist, das Fachkräftethema, also wo finde ich Fachkräfte, wo finde ich junge Leute, wo finde ich Azubis und Co., muss ich da bei der Tante Facebook anklopfen oder kann ich die Tante Facebook für sowas schon eher vernachlässigen und muss mich eher anderen Plattformen widmen? Guter Punkt, ich finde, Tante Facebook sollten wir uns sehen lassen als Marke. Aber ich finde, aber das ist, ich glaube, was wir zum Beispiel bei jedem Workshop auch machen, bei jedem Social Media Workshop ist, also zu anfangen, ein Verständnis für die Kanäle zu bekommen. Und ich glaube, das erklärt auch dann vieles. Also zum Beispiel, Instagram ist dafür da, einen Blick hinter die Kulissen zu kriegen. Also das ist der Konsens hinter Instagram. Deswegen gibt es auch diese Story-Funktion, die ist nur 24 Stunden sichtbar und da möchten die Leute keine hochpolierte Sachen haben, die möchten da richtig authentische, nahe Sachen haben. Also dann geht es weiter zu TikTok. TikTok ist, die Leute wollen entertained werden auf TikTok. Du kannst auf TikTok keinen Content hochladen, der nur, der rein Education ist. Du brauchst immer Infotainment. Da siehst du auch auf den Leuten, also dadurch gibt es ja gerade auch diese ganzen Influencer, die ja Infotainment betreiben, wo die über Steuertipps reden, aber so gut aufbereitet, wo du merkst, oder wo du auch so merkst, ey Wahnsinn, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht, das auch lustig ist, dass es auch Spaß macht zuzugucken. YouTube ist eine Plattform, wo sich die Leute drauf begeben und Stunden drauf verbringen. Das heißt, wir können dort hochqualitativ nachhaltigen Content drauf packen, der auch im Longform-Content-Bereich da ist, um die Leute intensiver in das Thema reinzuholen. Facebook ist die gute alte Tante, die man nicht vernachlässigen sollte. Die ist immer dabei, die ist auf jeder Party auch dabei. Also die ist, die bringt auch Kuchen mit, die ist cool. Und Google haben wir ja auch noch. Also was macht eigentlich, was hat das für eine Relevanz? Oder Podcast. Podcast. So, welche Möglichkeiten hast du da? Was erwarten die Leute? Und das finde ich auch immer die Herangehensweise. Was erwartet meine potenzielle Zielgruppe? Und dann sagst du, okay, wenn ich Azubis gewinnen möchte, Beispiel, dann muss ich Content machen, der Infotainment ist. Also das muss lustig sein, aber auch einen Mehrwert bieten. Dann wird der Imagefilm drei Minuten nicht so viel bringen. Dann geht es so weiter. Dann sagst du so, okay, pass mal auf, jetzt haben wir Content, der cool ist und informativ ist, dann haben wir noch die Führungskräfte, die brauchen wir auch. Oder die Skilled Worker. Die müssen wir irgendwie rankriegen. Dann würde ich über, da würde ich nachdenken, irgendwie so einen Fachartikelbereich auf meinem Blog einzurichten. Das heißt, wenn jemand danach googelt, dass eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit entsteht, dass er bei mir auf der Seite landet durch Suchmaschinenoptimierung. Und vielleicht sogar SEA, also Werbeanzeigen auf Google. Dann können wir das Ganze weit nochmal weiterdenken in LinkedIn. Also können wir auf LinkedIn eine Präsenz von einem Mitarbeiter schaffen, der das Unternehmen repräsentiert, der so einen Lifestyle vorlebt, aber auch eine inhaltliche Kompetenz vorlebt, dass die Leute davon angezogen werden fast schon, dem zu folgen. Das heißt, also finde deinen Kanal, der aber auch inhaltlich zu dir passt, wo es auch Sinn macht. Weil sonst, also es gibt keine Pauschalantwort. Also es gibt, und dann macht es am Ende, und wenn wir das dann so komplett sehen, also weil wir denken immer Omnichannel. Das heißt, wir überlegen nicht nur, lass jetzt mal für Instagram Reels drehen, sondern ich überlege immer, okay, was wollen wir erreichen und wie können wir alle Kanäle nutzen, dass wir einen Mehrwert haben. Das heißt, und dann macht wieder ein Imagefilm Sinn, weil, wenn wir sagen, wir suchen Azubis, Führungskräfte und Kunden, da muss es ja einen Ort auch geben, wo die Leute sich insgesamt, die sagen, ja okay, aber wer ist denn dieser Laden jetzt? Also cool, abgeholt, informiert, gut gewesen. Aber wo lande ich dann danach? Und wenn du dann auf eine beschissene Homepage kommst, mit irgendwelchen Kackbildern und schlechten Videos, dann wird sich trotzdem keiner bei dir bewerben. Ich weiß, die Anforderung ist hoch. Also es ist unglaublich hoch. Also alles aufpolieren quasi. Richtig. Also die Customer Journey quasi, die Reise dann ja quasi, wenn du sie abholst in Social Media und du bist da hip und cool und trendy und dann ein Klick, weitere Informationen und du landest auf der Webseite von Anno irgendwas, dann denkst du ja auch irgendwie, okay, die haben mich veräppelt. Was sind die jetzt? Sind die jetzt cool oder sind die jetzt nicht cool? Langweilig und alt. Und das machen auch viele. Also die machen dann irgendwie trendy Sachen, aber kriegen trotzdem keine Bewerber. Warum? Weil die Leute nur auf TikTok bleiben. Die kommen nicht weiter, das findet kein Transfer statt. Du musst immer das gesamtheitliche Paket ansehen, damit es dein Ziel erreicht. Also das muss immer so als oberste Definition stehen. Was will ich eigentlich erreichen? Also nicht im Sinne von, boah, ich will so und so viel Umsatz machen. Ja, ist auch eine Komponente davon. Aber was will ich inhaltlich und emotional auslösen bei meinen Leuten? So, weil, ich sag mal so, du bist, also wenn du ungeduscht und stinkend zum Gesprächstermin kommst mit dreckigen Klamotten und dann aber lustig bist, 50-50, aber vielleicht sogar eher 70-30, weil er dann sagt, cooler Typ, ne? Tobi, geile Sau, ne? Das stinkt, Alter. Also der ist ungepflegt. Der hat sie nicht im Griff. Der hat sein Leben nicht in Kontrolle. Wie soll ich ihm einen Auftrag für eine Million übergeben? Vielleicht rennt er damit weg. Also das ist ja die persönliche Darstellung, ne? Wird's ja nicht machen. Ist dein Auto sauber, kommst du in voll vermüllten, dreckigen Auto dahin. Mit was für einem Auto kommst du dahin? Wir sind immer noch in Deutschland. Also das kannst du nicht wegdenken. Also man glaubt immer so, ja, so heutzutage, dies, das, kommst mit der Bahn und bis HIP, keine Ahnung, Deo nutzt du jetzt auch nicht wegen Aluminium. Also no front, ne? Aber wenn wir uns in so einem Bereich unterwegs sind, wo noch der Mittelstand so arbeitet und so denkt, müssen wir irgendwo uns noch anpassen und dem auch das bieten, was der Mittelstand auch erwartet, ne? Also gib deinen eigenen Senf rein. Also investiere da rein und versuche vielleicht die Atmosphäre so positiv zu verändern, dass sich da auch ein Wandel stattfindet, ne? Aber in der grundlegenden Darstellung hast du drei Sekunden nur, um dann gegenüber in den ersten, also im ersten Blick sympathisch zu finden oder richtig scheiße zu finden. Und das kann sich danach in dem Gespräch danach entwickeln, dass du sagst, ich dachte, der wäre doof, aber das ist eigentlich ganz cool, aber du musst Gas geben, ne? Und dazu gehört auch, dass du vernünftige Klamotten anziehst. Deswegen sind ja auch diese ganzen, gerade desto kürzer der Content wird, desto wichtiger ist ja auch, dass die ersten Sekunden denjenigen abholen. Also der erste Eindruck, auch bei Content, bei Inhalt, muss ja sofort begeistern, damit man weiter dran bleibt. Und wie du schon sagst, damit man diesen Transfer schafft, den Kunden dann auf Social Media abzuholen und dann wirklich auf die Webseite, auf die Karriere-Seite und keine Ahnung was zu kriegen, wenn wir bei dem Thema Fachkräfte bleiben. Ich glaube, die meisten denken, dass es super technisch ist oder super trendy oder das ist ein super, das ist gerade eine Bewegung, das ist gerade eine Welle. Stimmt aber gar nicht. Also alle reden über Algorithmus und du musst den knacken und dann schaffst du einen Durchbruch, ne? Stimmt gar nicht. Es geht immer um Menschen, die sich den Content angucken. Also wenn du den Menschen dahinter nicht überzeugst, wird dir dein Video nicht abspeichern, liken oder verschicken. Das heißt, dann funktioniert der Algorithmus auch nicht. Das heißt, du kannst jeden Tag posten. Wenn du aber denkst, das ist cool für dich, aber niemals in deine Zielgruppe denkst, wirst du diesen Erfolg nicht haben, auch wenn jeder das verkauft und sagt, ja, aber das ist die Lösung. Du guckst dir 200 YouTube-Videos an und Schulungen und die sagen, ja, dann musst du halt Werbeanzeigen draufschalten, wenn die Leute nicht erheißen. Nein, dein Content ist schlecht. Das ist auch das Feedback, was er dann sagt. Ich sage den Leuten dann, warum sollte ich danach, also ich gucke mir, warum sollte ich dir folgen? Warum bist du relevant und interessant für mich? Hast du mich abgeholt? Bist du interessant? Bist du lustig? Gibst du so einen Hardfact, der mich abholt? Hast du irgendwelche Hoax reingeschrieben, die mich in der ersten Sekunde direkt packen? Nein. Warum sollte ich dir folgen? Also warum? Welchen Mehrwert? Dann bestelle ich bei Amazon. Sorry. Also fuck it so, ne? Also dann gehe ich wirklich zu Amazon. Dann bestelle ich das. Wenn ich aber weiß, hier ist ein geiler Computer, also fehlt mir total, ne? Also mir fehlen die Läden. Also mir fehlt ein richtig gut sortierter IT-Lern, wo ich finde, das sind geile Drucker, hochwertige Tastaturen, geile Monitore. Also weiß ich vielleicht gar nicht, ob es denn sowas gibt. Muss man dann für dich auch noch denken, ne? Also als Medienagentur, ne? Also ihr habt natürlich auch nochmal ganz andere Anforderungen an so einen Rechner, an so einen Monitor und Co, ne? Also aber für eure Zwecke, was zu finden, muss man auswahlern. Ja, aber mir reicht auch eine Range, wo du sagst, es gibt einen Monitor, haben wir, für Profizwecke, der ist super. Oh, den hab ich auf Lager, zweimal oder dreimal. Wird mir total reichen. Würde ich sofort nach Wittenhagen, würde ich abholen gehen. So, das finde ich, Saturn und Mediamarkt machen das smart. Die haben einen aktuellen Warenbestand da und kombinieren diese online und reale Welt. Und ich nutze das, ne? Also ich fahr wirklich dann nach Dortmund, hol den Monitor. Aber es fehlt mir hier, ne? Also genauso wie, also kannst du auf alles runterbrechen, ne? Und dann geht's so, wie machst du das mit der Lagerwirtschaft? Wie bekommst du das hin? Dann musst du ja irgendwie alles auf Kommission kaufen, weil du dann Ware kaufst, die du vielleicht ja nicht wegbekommst. Dann musst du das irgendwie gegenrechnen. Klar, ich verstehe das gesamte Thema. Es geht mir nur darum, mach dich so attraktiv, dass eine Zielgruppe dich versteht und dann auch bei dir bleiben möchte. Dass ich's zum Beispiel sage auch, Tobi, du machst, keine Ahnung, du machst Kaffee und ich finde dich aber sympathisch, deswegen bleib ich auch bei deinem Kaffee. Also, es gibt noch ganz viele andere Kaffees in Hagen. Gibt's nicht, aber es gibt noch richtig viele andere Kaffees. Aber Tobi, dein Kaffee ist so toll, da bleib ich einfach gerne. Und ich glaube, wir sind Menschen, sind Gewohnheitstiere. Und das wird oft, das wird oft alles vergessen. Es geht immer nur um Content und Auflösung und Hochformat oder quadratisch. Aber dieses Mensch, der Mensch, ne? Also, Content ist Key quasi, die Message ist wichtig, der Mensch muss sympathisch sein, überzeugen und Authentizität ist, glaube ich, auch das, was du transportiert hast, was unheimlich wichtig ist, dass ich authentisch bin. Dass ich halt hinter dem Produkt stehe, was ich da vermarkte oder hinter der Botschaft stehe, die ich verbreiten möchte. Ja, auf jeden Fall. Plus, du musst dann für deine Zielgruppe sprechen. Wenn du nicht deine Zielgruppe ansprichst, aber du alles über dein Produkt, also du sagst, Bro, ich hab alles über Gläser erzählt, ne? Ich hab alles über Gläser erzählt. Wie die geformt werden, wo die herkommen, bla bla, ne? Da sag ich immer, ja, aber was ist für ein Gläserkäufer interessant? Kannst du in die Spülmaschine, also, ne? Wie bruchsicher ist das? Ihr habt Kinder, wie schmeckt das Wasser da drin eigentlich? Also, wie ist das mit der Temperatur? Das ist geil. Das Tollste an diesen, also, normalerweise willst du Gläser verkaufen. Ja, hier sind Gläser, das sind sechs Stück, die sehen schön aus, sind toll geformt. In Mailand wurden die gefertigt und sechster Set. Passt aber nicht in die Spülmaschine rein. Passt nicht in die Spülmaschine rein. Aber das sind die Fragen, die mich beschäftigen. Ich will wissen, wie fühlt sich das Glas in der Hand an? Ich möchte Menschenstimmen haben, also so Rezensionen von Leuten, die sich das erste Mal dieses Glas in die Hand nehmen und sagen, boah, das fühlt sich aber toll an. Das liegt aber gut in der Hand. Boah, das ist ja geil, dass es hier unten so dick ist und oben so dünner wird. Und das ist so, boah, das schmeckt geil. Das will ich sehen. Dann kaufen wir das Glas. Also, das interessiert mich auch beim Glaskauf. Also, nicht, also, weißt du, was ich meine? Und ich finde oft vermarkten, wie soll ich sagen, das ist das beste Glas Deutschlands. Das hat alle ISO-Normen. Alle auf einmal. Ist durchsichtig, ist transparent in der höchsten Güte-Klasse. Und haben wir 20.000 Mal auf Lager. Ja, also auch, halten wir auch da fest, dann immer die Kundenbrille aufsetzen. Nicht fragen halt quasi, was ist das, was können wir alles oder was machen wir da alles so besonders, sondern halt fragen, interessiert das den Kunden? Ist das die Message, die der Kunde erwartet oder nicht? Erzähl mal eine schöne Geschichte. Geschichten höre ich gerne zu. Storytelling, genau. Also, so Fakten höre ich nicht gerne zu. Verstehe ich auch manchmal gar nicht, ne? Irgendwie, weiß nicht, du rennst gerne, ne? Du läufst viel. Lest mir die Zahlen durch, denke mir immer so. Also, okay, klingt schnell, ne? Du kannst es nicht in eine Relation setzen. Null. Und dann habe ich einen Kollegen dabei, dann lese ich ihm das vor, der so, Junge, der ist verrückt, der Typ. Der ist kaputt in der Birne. Der rennt, das macht doch keinen Spaß mehr. Aber dann bekomme ich erst die Relation dazu, weil ich die Geschichte dahinter verstehe. Wo der sagt, was sind das für Leute, die so rennen, so leidenschaftlich, so viel Energie reinstecken, regelmäßig, so eine Strecke in dieser Geschwindigkeit rennen. Was sind das für Leute? Das fasziniert mich. Das fasziniert mich. Die reine Zahl interessiert mich. Also, ist cool, aber es ist nicht relatable für mich in meinem Alltag. Das Gleiche ist mit Gläsern, das kannst du mit Kaffee machen, das kannst du mit Tablets, mit Gläsern, mit Kaffeekannen, das kannst du mit Werkstattfahrzeugen, also mit allem. Und dann hast du eine geile Story erzählt. Du sprichst deine Zielgruppe auf der richtigen Plattform richtig an, hast die darüber mit einem, also in einem Workshop mal Gedanken gemacht, welche Strategie du fährst und wie du es machst. Und drehst dann effizient regelmäßig authentischen, guten Content. Und wenn du dann keinen erreichst, dann reden wir über Werbeanzeigen schalten oder um das zu boosten, dass wir dann irgendwie doch nochmal die Zielgruppe nochmal definieren müssen. Oder wir haben Fehler in der Analyse gemacht. Aber dann sind wir auf dem Weg, weil dann interessieren wir uns für den Menschen. Also, sobald wir uns für den Menschen interessieren, entsteht was Gutes. Das ist die Konsequenz von Marketing und die Quintessenz von Social Media. Es geht immer nur um Menschen und wenn du die Menschen damit erreichst, Menschen damit überzeugst, dann was soll passieren? Jetzt hast du gerade schon auch so Thema Instagram und dann fällt dir natürlich auch immer dieses Wort Influencers, hast du vorhin auch schon einmal so gesagt. Und ich finde immer, man kann sich nicht so darunter forschen oder viele Unternehmen können sich nicht darunter vorstellen, was kostet mich denn so ein Influencer? Weil ich könnte natürlich jetzt auch überlegen, ich habe hier ein Produkt, ich gucke einfach, wer ist für meine Sparte, für mein Produkt so ein relevanter Influencer? Wie groß ist der? Ja, dann lasse ich denen doch die Geschichte erzählen, weil der bringt ja alles mit, was du ja gesagt hast. Der kann Social Media anscheinend, sonst wäre er ja nicht Influencer. Ah, okay, der ist gut darin, eine Story zu erzählen, der identifiziert sich vielleicht mit meinem Produkt. Lasse ich denen das doch machen, aber ich habe keine Vorstellung, was kostet der mich denn? Kannst du da mal irgendwie so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, Sam? Was kostet so ein Influencer? Ja, jetzt kommen wir so in den Bereich Money Hacks, also wo wir sagen, mit so einem 5000er Budget würde ich das Risiko vielleicht nicht eingehen oder vielleicht nur mit kostenlosen oder mit kleinen Influencern arbeiten. Die gibt es nämlich auch. Es gibt kostenlose Influencer. Ja, das ist das Coole daran, es gibt Mikro-Influencer, die sind sehr dankbar für Produkte, weil die sich gerade auf dem Weg befinden. Und selbst da ist aber das Problem, wenn du nicht die richtigen hast, kriegst du nicht die richtigen. Das heißt, wir analysieren auch, also das bieten wir natürlich auch an, wir analysieren wirklich die Zahlen der Influencer und gucken, was Ding ist zum Beispiel eine Frau, die Fitness macht. Willst du sagen, ja, pass mal auf, wirft dir mal Leggings zu, ich habe jetzt Leggings, Sport-Leggings entwickelt, das wird super knallen im Internet, logischer Herangehensweise. Ding ist aber, die hat 90% männliche Follower, weil die nur zum Gaffen da sind. Das heißt, deine… Die kaufen nicht, das stimmt. Die kaufen nicht. So, dann kannst du halt zum Beispiel sagen, da gibt es nämlich so ein Ding noch, das nennt sich UGC, User Generated Content, dass du sagst, okay, du machst das Storytelling, du machst den Content dazu und ich nutze das dann als Werbeanzeige für meine Kanäle, um dann die Frauen zu erreichen. Sowas könnte man machen. Es gibt aber, also, wir betreuen Influencer in den größten zwischen, ich glaube, die kleinste ist 12.000 Abonnenten und die größte Person gerade hat 12 Millionen. Wer ist das? Kann ich nicht droppen. 12 Millionen? Ja, schon eine Hausnummer. Genau, also wo es auch schon internationale Personenmarke geht, ich kann nur so weit sagen im Profisportbereich, aber wo es dann auch in Verhandlungen geht im Millionenbereich, also Kontext ist, wenn du ein gutes Produkt hast, bekommst du auch Leute für günstiger überzeugt, dass die auf dein Boot aufsteigen. Und ich sage mal, immer eine schöne Größe ist irgendwas zwischen 50.000 und 450.000 Followern, weil das ist der Bereich, wo die meisten Influencer auch bereit sind, Kompromisse einzugehen. Also jetzt nicht nach dem Motto so, wo ist der Bereich, wo wir die Influencer abziehen können, darum geht es mir gar nicht, sondern wo man sagen kann, da kann man eine geile Lösung finden. Zum Beispiel, dass man sagt, vielleicht nutzt ja die Person das Produkt selber regelmäßig, ich habe ein hochpreisiges Produkt, also beliefere ich die auch damit. Oder ich bin Küchenausstatter und baue eine Küche, weil die gerade umziehen für die. Also solche Sachen. Eine Art Barter-Deal, dass du das Tauschgeschäft machst. Genau, zum Beispiel, in Kombination, dass man auch sagt, guck mal, wir machen einen Barter-Deal und ich zahle dir ein bisschen Geld. Oder Barter-Deal ist so teuer, dass ich dir dann so aber entgegenkomme, weil ich sage, keine Ahnung, für deine Dienstleistung würdest du eigentlich, ich weiß nicht, zweieinhalbtausend Euro nehmen zum Beispiel. Die Küche kostet aber sechs. Dann lass uns doch eine Kombo finden, dass du dreimal für mich oder zweimal machst und dafür komme ich dir so entgegen. Also solche Geschichten kann man sich ja ausdenken, aber in der Regel sage ich immer, alles was kleiner ist, also so um die 50.000 Follower, kannst du mit 400 Euro rechnen pro Story Set. Story Set heißt fünf Sequenzen aller 15 Sekunden, damit du auch ein Produkt erklären kannst. Das nicht heißt, hey, das ist die neue Hülle, schnell kaufen, hier ist der Link, tschüss. So, ne, sondern dass du sagen kannst, hey, also ich habe hier eine neue Hülle gekauft und das Tolle daran ist, die fühlt sich erstens gut an in der Hand. Und das ist nämlich, ne, wie das Storytelling. Dass Storytelling passieren kann und wir versuchen immer Story und Post zu verkaufen. Also dass es nicht nur eine Story ist für 24 Stunden, sondern auch nachhaltig in der Feed verankert ist, mit einem Gutscheincode zum Beispiel. Dass die Leute auch über einen längeren Zeitraum darüber dann Gutschein haben können. Was man dann ja auch wieder sehr gut tracken kann, weil dann weiß ich wieder, okay, wie viele Leute haben dann aufgrund des Gutscheins, aufgrund dieser Story quasi gekauft. Genau, also das ist nämlich auch die nächste Instanz, dann kannst du nämlich auch nachgucken, wie viele Leute haben auf den Link geklickt, wie gut war das Storytelling, das kannst du analysieren und bewerten. Du könntest selber genauso gut, wenn wir jetzt mal, ich denke mal natürlich auch aus der Kundensicht, also sprich an unsere Unternehmen, die dann sagen, okay, pass auf, ich habe dieses Fachkräftethema. Jetzt würde ich natürlich gerne tracken, jetzt habe ich zum Beispiel irgendwie was mit einem Influencer gemacht, wo es um Ausbildung geht. Ich will tracken, wie viele Leute haben sich jetzt beworben aufgrund seiner, also ich kann ja trotzdem diese Links, also das muss man ja auch vielleicht noch wissen, ich kann ja diese Links ja quasi tracken. Also ich kann ja Shortlinks vergeben speziell und dann halt tracken, wie viele Leute sind über diese Story von ihm auf unsere Karriereseite gekommen und haben über darüber bei uns eine Bewerbung eingereicht. Und das ist ja mega sinnvoll, um zu gucken, ob das funktioniert, was ich da mache. Und das ist ja auch das einzig Relevante. Also ich habe letztens einen Call gehabt, da meinten die auch zu uns, ja wie finden wir denn raus, ob diese Marketingaktivität erfolgreich war? Ich so, ja anhand der Bewerbungen. Dann war erst mal so im Videocall so, ja okay, also hast ja recht. Ich so, ja was interessiert mich, also geil ist natürlich, wenn die sich 10.000 draufgegangen sind auf den Link, aber wenn sich keiner beworben hat, dann war das eine schlechte Aktion. Also müssen wir doch ehrlich sein, also lass uns mal aufhören von unseren ganzen, ja wir haben mit unserer Werbung und zeige 200.000 Leute erreicht. Geile Nummer, aber wie viele haben gekauft? Also und wie viel Umsatz ist davon, also wie viel Gewinn hast du dadurch gemacht? Steht das in Relation zu den Ausgaben, die du gemacht hast? Ja, nein, vielleicht kannst du dir das erlauben? Anderes Thema, HelloFresh, sehen wir, wie es passiert ist. Das ist jahrelang rote Zahn, Corona kommt, bam, ne? Also es kann funktionieren, wenn du es dir leisten kannst, dann go, all in, ne? Dann würde ich auch anders rangehen, dann würde ich auch sagen, dann nehme ich mir die größten Influencer, nehme mir 10 Stück davon, spiele alle gegeneinander aus, bezahle die alle gleichzeitig. Würde ich generell bei Influencer machen. Immer mehrere nehmen in der gleichen Nische, gucken, wer funktioniert am besten und dann da rauf gehen. Quasi so klassischer AB-Test. AB-Test, aber auch mit Influencern, genau. Dass man sagt, okay, was für ein Budget haben wir, 5K, 5.000 Euro, okay, was machen wir jetzt? Nehmen wir jetzt einen Influencer, der ist super stark in den Bereichen, gehen all in, weiß ich nicht, finde ich riskant. Was ist, wenn die Kampagne in die Hose geht? Da hast du eine sehr eingeschränkte Reichweite, die du jetzt schon sehen kannst. Also auch immer Risikostreuen dann quasi. Immer Risikostreuen, also wie in der Spielhalle. Also immer gucken, dass man irgendwie reingeht und irgendwie effizient aus der ganzen Nummer wieder rauskommt. Aber was passieren kann, ist, dass du einmal an diesem Roulette-Tisch sitzt und dann wählst du eine Kombination aus. Und dann geht die auf. Dann musst du ja alles aufstehen, Geld nehmen und rausgehen. Und dann machst du das in dem Fall auch. Du nimmst dann das ganze Geld von den ganzen anderen Leuten raus. Dann gehst du all in in die eine Person. Das geht leider in der Spielothek nicht, weil das halt nicht so einfach geht. Dann würde ich das sofort machen. Aber du nimmst dann, und das ist toll am Marketing, dann sagst du, okay, die Person funktioniert. Attacke. Aber dann auch nicht zu sagen, wir machen jetzt nächsten Mal, ja, es gibt so geile Sachen, ne. Ja, nächsten Monat machen wir wieder eine Kugelschreiber-Aktion. Wo du denkst, ja, also, können wir was mit Bleistiften machen oder können wir Notizblöcke verlosen? Also, bring da eine Varianz rein. Also, ich sag immer, es ist doch langweilig, Alter. Stell dir mal vor, das ist wie, du hast einen Freund, der kommt immer mit dem gleichen Problem. Der hat immer das gleiche Frauenproblem. Da angelt sich dann irgendwo einer im Club, dann ist er ein paar Monate mit da zusammen. Wolke sieben, sagst du, boah, Bruder, ich hab jetzt die gefunden für mein Leben und dies und das andernas. Und dann, äh, dann sagt er irgendwie so nach Monat sechs, wo es irgendwie ein bisschen ernster wird oder so, sagt er, boah, weiß ich jetzt nicht so, ne. Und dann sagt er, boah, ich hab mich jetzt von der getrennt. Da sagst du, warum? Ja, irgendwie, boah, es passt irgendwie nicht. Und ich bin da auch fremdgegangen. Also, wenn das einmal passiert, dann sagst du, ja, okay, boah, scheiße, gelaufen, aber jetzt reißt du mal im Ringen so, ne. Also, kriegst du ja hin, ne. Wenn du das aber das zweite Mal machst und das dritte Mal machst und die Geschichte immer wieder erzählst, dann sagst du ja irgendwann, boah, hat's mal, also, nerv mich nicht. Also, wirklich, ich bekomme dich mal, also, komme auf dich klar. So, ne, also, bring was Cooles, bring was Neues rein. Also, wenn du deine Freundin immer betrügst, dann bring eine andere Geschichte ins Spiel, damit, also, verdirb nicht die Freundschaft mit deinen Kollegen, ne. Also, lass dir was einfallen, also, lass die Leute, halt die Leute am Ball, mach nichts. Mit neuen Content, mit neuen Storys, mit neuen Sachen und nicht immer das Gleiche. Genau, mit neuen Geschichten, so, ne, oder geh die gleiche Story anders ran, dass du sagst, okay, wir reden über Zimtschnecken und ich sag irgendwie, Zimtschnecke, also, heute, hey, ich hab die beste Zimtschnecke des Landes gefunden, die ist das Ananas. Der und der Füllung, das nächste Mal machen wir eine andere Füllung, packen nochmal die und die Zutat dazu. Genau, und beim nächsten Mal machst du eine andere Füllung und du erzählst die Geschichte anders, dann sagst du nicht, das ist die beste Zimtschnecke Deutschlands, dann sagst du, es gibt eine Zimtschnecke, die meine Oma gegessen hat und wo sie gesagt hat, wow, wie ist das denn passiert? Meine Oma ist die beste Bäckerin Deutschlands, da bin ich sehr von überzeugt, aber diese Zimtschnecke hat auch sie umgehauen. Also, ne, also erzähl die gleiche Geschichte, die du hast, aber vielleicht auch anders nochmal, ne, also hol die Leute anders ab, bring die Leute anders rein, halt die, entertaine die Leute, also, das ist, das ist ja Social Media, ne, also, das ist ja auch Werbung generell. Werbung ist entertaining, also, wir sehen die größten Werbekampagnen, die wir hatten, ne, guck dir mal Coca-Cola an, den, also, den Weihnachtsmann, guck dir, also, ne, guck dir die Sachen alle an und dann überleg, was war daran eigentlich so besonders? Also, 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 in welchem Kontext steht da Weihnachten, also, was soll das? Also, genauso wie Milka, die lila Kuh, ne, also, wenn du jetzt ganz banal reingehen würdest, würde sich ja kein Unternehmen eigentlich so präsentieren. Und das finde ich jetzt immer, weil wir nicht in Werbung denken, wir denken in Präsentation, wir denken immer an Image. Aber Milka ist so erfolgreich geworden wegen der lila Kuh. Ja, das Entertainment, ne, es fällt auf, es ist anders, es unterscheidet sich von den Mitbewerbern. Ja, genau. Und unser einer denkt immer, ja, wir müssen doch, aber das sind wir nicht, wir müssen ja irgendwo seriös bleiben und dies und das. Ja, musst du, ne. Aber eine lila Kuh ist trotzdem irgendwo seriös, weil sie witzig ist. Und du hast so ein, ne, und daran muss man sich ein bisschen orientieren. Und du verlierst nicht dein Gesicht nur, weil du gutes Marketing und eine gute Werbung machst, sondern du kümmerst dich um das nachhaltige Wachstum deines Unternehmens. Das ist ein riesiger Unterschied. Abschließend noch eine, noch eine Frage von mir. Muss ich als Unternehmen auf Social Media sein? Also, du hast vorhin einmal gesagt, manchen sagst du auch Rätsel dazu, gar nicht mehr dazu sein, aber ist die, erzwingt es die jetzige Zeit, dass man da ist? Muss man da sein? Muss man das machen? Ja, das ist eine relativ einfache Frage, die ich mir immer stelle. Ich sage immer, wo willst du in fünf bis zehn oder fünf Jahren mit deinem Unternehmen sein, wo willst du mit zehn Jahren in deinem Unternehmen sein? Und wenn mir einer sagt, boah, ganz ehrlich, ich habe da nicht so Bock drauf, ich muss das irgendwie, weiß ich nicht, ich gebe das bald in drei Jahren ab, da kannst du sagen, ja gut, dann musst du nicht Social Media machen. Du kannst Social Media machen, um deinen Marktwert zu steigern, um dann mehr Geld zu kriegen, aber du musst es nicht. Aber wenn jeder, der mir sagt, er will in fünf Jahren noch auf jeden Fall Kunden haben und will das Business weiterführen, dann sage ich, wenn du kein Social Media machst, gehst du fahrlässig mit deinem Unternehmen um. Egal was, also ich sage jetzt mal, von Fußpflege über Taschentücher über, also egal was. Kaltbahnunternehmen. Alles. Weil du wirst die erste Anlaufstelle sein, und das sieht man jetzt schon in den Statistiken, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist YouTube aktuell. Ja, das ist richtig, gehört aber trotzdem Google. So, weil die Smartsen rechtzeitig gekauft haben, weil die das nämlich vor ein paar Jahren schon entdeckt haben. Die haben gesagt, Content ist brutal. Aber dann reden wir über langen Content bei YouTube. Und selbst da geht YouTube jetzt auf Shorts, welche den Kurzformatkanal aufsteigt. Wir reden über YouTube Live. Es gibt Prognosen, man weiß nie. Und Podcast, YouTube Podcast, auch kurz neu gelaunt. Richtig, YouTube Music haben wir. Es gibt einige Prognosen, die behaupten was ganz, ganz Böses. Aber es wird so innerhalb der nächsten Jahre so sein, dass unser Konsumverhalten mit Kommunikationsmedien sich noch mal rapide verändern wird. Also es hat sich ja schon verändert innerhalb der letzten zehn Jahre, wie wir uns informieren, woher wir uns unsere Informationen holen. Das wird sich in den nächsten drei Jahren noch mal komplett verändern. Es wird ein viel größerer Schwerpunkt auf YouTube liegen. Fernsehen wird sehr, sehr, also super gefährlich wird das, weil ganz viele Shows übertragen jetzt schon live auf YouTube. Was ist, was ist, what is the next big thing? YouTube. YouTube wird nochmal viel, viel relevanter in der Zukunft werden. Das heißt, gutes Storytelling, gute Geschichten erzählen. Also das ist das, was du üben musst. Also du musst auf Social Media. Und wenn ich heute eine Plattform nehmen würde, wo ich starten würde, wäre es YouTube. YouTube und TikTok. Finde ich interessant. Ja. Weil wir ja auch zum Beispiel mit der SIAK, dem Podcast Stimmen der Wirtschaft, in dem wir ja quasi zu Gast bist, ja heute auch, ja jetzt im Podcast-Format gestartet sind. Und wir auch lange überlegt haben, ist Podcast ein reines Audio-Format, ist Podcast ein Audio-Video-Format, also ein Videocast. Und wir haben lange überlegt, was wir machen und wir sind uns jetzt für das reine Audio-Format Podcast entschieden, den man natürlich auch auf YouTube hochladen kann mit einem Standbild oder mit irgendwie mehreren Bildern oder keine Ahnung was. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, dass es halt YouTube sein wird, weil der Content ja länger ist. Und man sagt ja immer, die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer wird immer kürzer. Von daher hätte ich jetzt eigentlich einen anderen Trend von dir erwartet. Ja, wartet ab. Wartet ab, das ist jetzt hier ein Krake. Das wird geil. Also das wird richtig geil. Die Aufmerksamkeitsspanne der Leute wird kürzer. Richtig. Definitiv. Also wir werden, aber wir kommen an so einen Punkt an, wo die Leute sich dann schon Fragen stellen. Ist das so richtig, was ich gerade im Internet sehe? Also, oder muss ich mich nochmal informieren? Wo informieren die sich dann? Ja, also wenn ich irgendwas mache, dann, wenn ich irgendwie jetzt, was hatte ich denn letztens irgendwie, irgendwas im Outdoor nicht funktioniert, habe ich mir halt ein YouTube-Video angeguckt. Zack. So, klar, also als Tutorial, als Erklärung, also auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das halt auch, also die Vermutung sagt auch, und das wird auch das nächste Ding im Recruiting sein, wir sind jetzt eine Zeit lang, also Recruiting 4.0 läuft ja gerade an, wir sind ja gerade mittendrin. Vieles wird nur komplett falsch gemacht, aber die Entwicklung zeigt auch jetzt schon, Recruiting-Filme werden nicht mehr diese lustigen, kleinen, kurzen Filme sein, wo Leute Interviews geben. Das wird nur die, also das wird nur der Appetizer, der holt dich ab. Also, informieren tust du dir auf den Long-Format-Content, das heißt, auf Dokus über das Unternehmen, Firmen-Dokus von Mitarbeitern, wo du Personen präsentierst, wo du vier, fünf Minuten lang nur die Person zeigst, den Alltag zeigst. Also, das wird viel relevanter werden. Und auch so Podcasts, wo ich sage, ja, genau, also Audio-Format, warum? Weil viele Leute das auch beim Unterwegssein konsumieren. Warum ist Video-Format relevant für die Leute, die auch einen Fernseher haben und es im Hintergrund laufen lassen? Viele Leute gucken sich das auch proaktiv an, weil die auch die Emotionen vielleicht von Tobi, die finde ich so toll, die wollen dich auch sehen irgendwie, ne? Das ist das Ding. Und, wenn du Video aufzeichnest, kannst du aus dem Video kleine Schnipse machen, die du auf den ganzen anderen Kanälen mitverteilst, sodass du Appetizer wieder baust. Das heißt, dieses ganze Short-Format. Machen werden wir ja auch machen. Wir werden ja auch quasi jetzt hier Stellen aus unserem Podcast jetzt nehmen, die dann quasi als Cliffhanger oder die Lust machen, halt quasi sich die ganze Folge anzuhören. So, und das Spannende ist, müsst ihr mal ausprobieren, das ist eine Vermutung. Ich vermute, dass ihr mehr YouTube-Aufrufe haben werdet, als Spotify-Aufhörlinks. Werden wir zumindest mit dem Format, was wir jetzt ja quasi heute hier, mit dem Interview, was wir heute führen, werden wir es gut vergleichen können, weil es auf beiden Plattformen gelauncht werden wird. Ja, und dieser Wandel findet halt immer mehr statt, ne? Also immer mehr Unternehmen sagen auch, die wollen sich quasi, die wollen das auch, die wollen quasi Social nutzen, also die lassen dann ein Video laufen, sagen, guck dir das mal an, guck dir den Talk mal an. Das wird dann plötzlich zum Talk, also das wird zum langgezogenen TED-Talk. Das ist nicht mehr nur so Podcast und während der Autofahrt, sondern die sitzen dann und gucken sich das vom Fernseher an. Und das ist einfach eine Praxis, die einfach gemacht wird. Genauso wie diese Sportvideos, diese Tutorials, ne? Da machen Leute 15 Minuten lang Sport vorm Fernseher und die Leute gucken der Person zu. Also wir haben also eine viel längere Zeit, womit die Leute Zeit verbringen. Stell dir mal vor, wir würden jetzt noch Werbung machen für eine Sache, die jetzt dauerhaft auf dem Tisch stehen würde. Und damit würden wir jetzt abschließen. Was für eine geile Markenpräsenz wäre das. Ja, Product Placement, klassisches Product Placement, ne? Aber auf Long Format und du musst nicht kurz versuchen, die Leute zu überzeugen, bla bla bla, sondern wir reden jetzt die ganze Zeit darüber und ich trage die Klamotten, wir trinken das die ganze Zeit und sagen wir, ja, guck mal und jetzt möchten wir unseren Partner bla bla bla. Ich glaube, ganz viele Leute werden das Glas kaufen wollen. Ja, alle haben... Nach deiner Präsentation. Das ist richtig geil. Nein, aber weißt du, was ich meine? Ja. So und das, was passiert ist, dass so ein Vertrauen hier gerade entsteht. Also die Leute haben das Gefühl, dass sie mit dabei sind. Wir sind ja ultra nah, ultra nah war gerade für die Person. Wir sitzen mit im Wohnzimmer gerade oder auf dem Rechner sitzen wir. Die können uns zugucken, bekommen unsere Emotionen mit. Und zuhören halt vor allen Dingen. Zuhören. Haben ein Gefühl dafür, wie wir drauf sind vielleicht. Denken sie, ah, der Tobi ist ein cooler Dude oder der Sam ist ein cooler Dude, den muss ich mal auf einen Kaffee treffen. Also das passiert, ohne dass ich weiß, wer zuguckt. Das passiert ja auch schon. Und dann entsteht ein Vertrauen. Und dann sage ich der Person, dieses Glas ist ultra geil. Oder dieser Kaffee, den trinke ich jeden Morgen, weil der mir so gut tut. Brauchst gar nicht mehr machen. Und deswegen YouTube. Jetzt hast du gerade das Wort ultra geil gesagt. Ich habe Best Practice Beispiele. Das ist jetzt quasi die Überleitung so zum Ende. Ich habe mal geguckt von den Unternehmen hier so aus unserem Umfeld. Nur so ein paar natürlich einfach. Wer hat denn Social Media Kanäle, wo ich finde, das ist ansprechend gemacht, das ist interessant. Ich habe absichtlich versucht, mal ein bisschen Varianz reinzubringen, dass wir quasi, ja, durchaus was haben, was quasi Direct-to-Consumer ist, wo ich es direkt dann kaufen kann. Aber ich habe auch versucht, halt was aus dem B2B-Bereich zu nehmen. Und die Infos findet ihr unten in den Shownotes. Also ich habe es mal verlinkt. Einfach mal so ein paar Instagram-Kanäle rausgesucht. Da könnt ihr mal reingucken. Das ist aber nur meine persönliche Meinung als Sam, wenn es nicht drüber geguckt. Meine persönliche Meinung von Unternehmen, die es auf Social Media sehr gut machen. Das soll quasi der Schlusssatz sein für diese heutige Folge von Stimmen der Wirtschaft. Sam, es hat mich sehr gefreut, dass du da warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Und auch immer versucht hast, so schöne Geschichten quasi hier reinzubringen und auch immer schöne Vergleiche. Facebook wird zur Tante, definitiv. Da führt kein Weg dran vorbei. Und ich hoffe, wir sprechen uns bald mal wieder. Und falls ihr Feedback zu unserer Folge habt, dann gerne einfach mal melden. Auch Kontaktdaten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sowie den Link auch zu eurem Instagram-Kanal. Ja, und den Link zu den Gläsern. Ich muss jetzt wirklich rausfinden, wo es die gibt. Der Link zu den Gläsern. Du kriegst ein Sixpack gleich. Sehr geil. Perfekt. Danke dir. Alles klar. Danke. Ciao. Ciao.